Dann nutze ich direkt mal meinen Riesen als Verteidiger. Hey, hey, hey Leute, wir spielen wieder Clash Royale. Es geht weiter mit dieser wunderschönen Folge. Wir spenden hier nochmal gleich fleißig rein. Wir haben ein klein wenig Zusatzwachs bekommen, sehe ich gerade. Da muss man mal kurz gucken, wen. Ich kenne noch nicht den Jan. Wobei ich glaube, das ist der zweite Account von Actosa. Ich bin mir gerade aber nicht ganz sicher. Ja, und ich habe ein klein bisschen so gespielt. Und man sieht schon, ich bin ein wenig höher gerutscht. Ich habe jetzt 1749 Pokale, richtig gut. Gut, ich verlange natürlich noch ein bisschen Karten. Ich verlange vor allen Dingen, ich wünsche mir, ich wünsche mir ein paar Karten. Und zwar möchte ich einen Grabstein gerne haben. Ja, Grabstein. Ach du, ich kriege direkt einen. Das ist schön von Actosa direkt. Dankeschön, Actosa an dieser Stelle. Richtig gut. Wer ist alles on? Hi. , Leute. mal gucken ach danke für den zweiten grabstein finde ich richtig gut ja na ja danke hat sich wieder abgesetzt und okay da kommt sie also der alten ist da und die janka ist da gut wir machen ein paar kisten auf die mörser freigeschaltet fünf man mag ja das ist richtig gut hört sich mal die skelette interessiert mich eher weniger noch eine goldtour auf noch mal maria noch mal tesla noch mal ritter und noch mal gold und lakain und lakain horde und was haben wir noch gold lakain bomba sonst nichts was gibt es hier noch schön dem letzten ok dem letzten auch passiert und den mörser haben wir freigeschaltet den mörser naja schöne fernwaffe nutze ich gar nicht ja ich spiele momentan mit dieser wunderschönen deck das hat sich relativ gut bewährt weil in dieser arena zahlt es nicht viel gegenwehr gegen wir ist aber wir kämpfen erst mal und dann zeige ich das mal also ich hoffe dass ich jetzt was reise gleichen level 7 das war ja klar gleichen level 7 wir laufen von hinten im riesen dann mal gucken jetzt sind wir jetzt schon im elixier vorteil quasi wir machen hier ein spiegel dabei ok das bedeutet wir warten noch ein bisschen und machen hier ein drachen hin der sollte hier so ein bisschen was rasieren wir haben ein paar feuergeister hin falls gleich da die gegenwehr kommt und dann würde ich sagen ist dieser eine turm schon mal geschichte so hier machen wir auch gleich ein bisschen druck oder dann magier hin ok den magier schaffen wir nur ein bisschen schaden aber wo die grieße sogar noch dauernd herrlich finde ich gut dass sie den dauernd kriegen jetzt müssen wir wieder ein bisschen elixier sammeln aber wir haben schon ganz gut schaden verteilt wir haben auch noch einen schönen kanonenturm falls gleich ein richtig blöder angriff kommt da ist der blöde angriff auch schon ach du kriegst die tür nicht zu so klack 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 und jetzt kriegen wir zwar ein bisschen schaden auf den tower aber nicht doch drei schläge hat er reingekriegt gut da muss ich ein bisschen aufpassen was ich jetzt mache jetzt kommt wieder sowas hier hätten rage warum hat er denn mit seinem lakkein mit der lakkein heute in rage das ist irgendwie blöd das schafft der turm noch abzuwehren da machen wir noch ein bisschen mehr schaden so jetzt haben wir noch ein sepp raus buff hexe ist gestunt und da haben wir auch schon unsere so kommt da muss der turm vorher arbeiten und hier setzen wir noch den turm hin da spiegelt er ich lass ihm den ich lass ihm den ich vergiss es dann nutze ich direkt war meinen riesen als verteidiger so nicht einen tower kriegst du von uns du böser böser kasper gogan ja da hilft ja auch keine heulen jetzt hast du es auch nicht wirklich gut ausgespielt gut wir gleich aber es ist hier noch neues das geht ja achte magier das geht ja gut ich hätte mich manchmal über magier gefreut aber gut ich weiß auch nicht ob ich noch entdeckt zusammen basteln mit riesen magier was ja auch hier in den anfangs sachen recht gut war jedenfalls als ich früher mal mit einem anderen er konnte war so du kannst direkt mal eine andere route einschlagen jetzt kommt er damit mit einem pecker das ist nicht schlecht der pecker macht ordentlich schaden jetzt ok er setzt seinen turm in rage damit er den drachen schneller weg kriegt ach man der baute einen druck auf hier und dann auch noch sieben der kobolde warum habe ich gleich alles sieben da vor der nase hier so das ist jetzt glaube ich eine relativ gute chance weil wir leichten vorteil haben ja natürlich hat damit wir den jetzt nicht mehr weil so er hat ja er hat ja feile also machen wir hier mal so eine geschichte die müssen wir setzen mit der turm die natürlich hat er jetzt habe ich der tom ist glaube ich flöten das kriegt mein turm nicht schnell genug verteidigt ich glaube die runde verlieren wir da hat er einfach den besseren punkt gehabt den startpunkt gehabt der pecker macht auch gewaltig schaden das ist und irgendwie habe ich das gefühl ist es schon wieder so so komisches gefühl dass wir hier zu er behält die pfeile auch drinnen ne das ist echt schlimm ja behält die pfeile auch drinnen so jetzt laufe ich mal mit dem riesen an wollte ich sagen nein ja das wird einen ein kräftiges ja da wollte ich mit dem pfeilen den zweiten turm das ist ja fies ja das nein die habe ich viel zu weit nach oben gesetzt jetzt weiter oben gesetzt na ok siebener siebener der einfach truppen level mäßig hörbar da hatte ich denn keine chance aber gut wir lassen uns ja nicht unterkriegen hier wir daddeln noch eine runde Level 5er Pay to win spieler Level 2er prinz ok Machen wir das mal so der wird vom turm ein bisschen abgelenkt ja 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 die waren jetzt blöd platziert aber mal gucken ob wir ein bisschen schaden rauskriegen ach die jetzt kommt dann noch mit ein pecker ich brauche elixir ich brauche elixir ich laufe von hinten mit den riesen an mal gucken was hat er vorbereitet ja da kommt er mit dem prinzen aber der prinz bringt er jetzt noch nicht so viel zum anfang hier ein ritter jetzt kommt er auch noch mit dem ritter er spielt also echt gut denn ich habe hier irgendwie keine chance da durch zu kommen er spielt also echt gut denn ich habe hier irgendwie keine chance da durch zu kommen ne denn ich habe hier Du kriegst den zweiten Turm nicht Verflucht, verflucht Ach ja, okay Ich habe wieder verloren Der spielte das echt gut Obwohl er hat auch Ein 5er Päcker und ein 2er Prinzen Und da komme ich mit meinen 1er Truppen natürlich noch nicht so ganz hinterher Ja, wir verlieren ein wenig Gedöns Bedeutet, ich glaube Ich wechsle mal Das Deck Und haue hier noch einen Bomber Und mal die Geschichte rein Und da wollen wir mal gucken Ob ich damit irgendwas Zustande kriege Ich bemerke auch gerade, dass ich irgendwie gar keinen Ton Vom Spiel aufnehme Irgendwie, irgendwie, irgendwann Ja komm Ich pumpe erstmal ein bisschen Und noch ein Spiegel Warum spiegeln die dann alle in letzter Zeit? Und noch ein Tornado Wir haben einen Schaden mehr verursacht Yeah Quasi ein Schaden mehr Jetzt kommt ein Riese Ich laufe auch mal von hinten mit dem Riesen an Jetzt muss man nämlich überlegen Er macht das tatsächlich doch noch richtig Riesen lenken wir damit ab Und die Das Mädel machen wir damit Ablenkenderweise ablenkend Und hier setzen wir einfach mal die Jungs ein Und seppen wir einmal rüber Okay, die das Feld von hinten so ein bisschen aufräumen Und jetzt verursachen wir mal ein bisschen Schaden Ne? So, du wirst hier von dem ablenkt Er kriegt heute noch zwei Schläge raus Wahnsinn Ja Äh, der Äh Wölbesturm war jetzt nicht ganz so schlecht Wir Pumpen glaube ich gleich wieder Wenn nicht gleich ein Angriff herkommt Was soll das denn? Was sollte das denn? Das war jetzt einfach ein Riesenfehler Was er gemacht hat Äh, komm Dann cycle ich wieder so hier Setz schon mal einen Bomber hin Und dann muss ich gleich den Friedhof Genau In der doppelten Elixierphase haben Absprach Ich höre nicht auf den Blumen Eins samglazu Okay Jar Ich höre nicht auf die Ich Отfülle nicht auf die Services In der akt auf du kriegst den nicht du kriegst du nicht jawohl und selbst wenn du ihn gekriegt hast ich habe deinen anderen schon auf ein dreiviertel runter gehabt das war ein gott war ja genau ja und wir kämpfen weiter ja das mit keinem ton tut mir leid vom spiel ob das jetzt so wichtig ist das mag ich mal zu bezweifeln dass da ton im spiel ist eine kanone ernsthaft und pump ich doppelkanone warum spiegeln die denn alle in letzter zeit was ist denn mit denen nicht nicht in ordnung da spiegelt er gleich wieder seine kanone ich komme noch ein bisschen die kommen sehr sehr spät schafft das kleine der klack er schafft das noch nicht ganz gut wir laufen mit dem an und den hinterher und auch noch den bomber hinterher aber ich glaube der tower ist geschichte so und jetzt machen wir noch was ja da schauen sie nicht mehr ganz warum das war jetzt mal so kommt mich in der mitte und dann machen wir doch so und so machen wir das so jetzt kommt dann eine rakete die rakete ist relativ sinnlos für dich finde ich und jetzt kommt da ganz schön was angelaufen du nase so schaffst du das noch ne naja doch und der sepp ist zu wenig ne jetzt habe ich nichts mehr 51 schade aber gut 51 rest leben ja wir haben ein bisschen was geschafft also ein paar siege hatten wir das ist auch kein riesen vorsprung jetzt aber das liegt einfach daran dass uns einfach noch die level hohen karten fehlen ich könnte natürlich ein bisschen manuell hinterher leveln mit geld möchte ich aber ehrlich gesagt kann ja ich habe sogar schon deck zusammengebaut mit maria wahnsinn völlig den doch mal direkt hier auf level 3 aus oder siehst du gut und den das deck glaube ich dann zeige ich mal am nächsten mal äh und bis dahin sage ich auf wieder tschüss und bis zum nächsten mal